Freunde der Sonne, ich habe gerade eine unglaubliche Nachricht bekommen und zwar wurde Mali die zahme Elster gesehen. Ich fahre da jetzt direkt mit Flutter hin und schaue, ob ich sie anlocken kann. Hallo, hallo Mali, Mali, Güte. So verricht mich du. Du musst da bleiben, wo wir dich immer rauslassen. Weißt du, da ist dein neues Zuhause. Dort, wo sie hingeflogen ist, ging es halt nicht, weil das schon wieder so viele Menschen waren. Mir ist halt wichtig, dass sie wo ist, wo es ihr gut geht.